Der Ehemann verkaufte seine kranke Frau zusammen mit dem Haus und Jahre später geschah etwas Schockierendes. Als Dulce ein kleines Mädchen war, brachte sie immer Tiere nach Hause. Streunende Katzen, verletzte Vögel und verlassene Hunde. Ihre Großmutter Carmen, die sich um sie kümmerte, nachdem ihre Mutter verstorben war, sagte oft zu ihr, Dulce, heute ist es ein Kätzchen, morgen ein Welpe, und was kommt als nächstes? Vielleicht ein verlorenes Kind, oder wer weiß, vielleicht verliebst du dich in eine obdachlose Person. Deine Güte ist so groß, dass sie dir Ärger einbringen kann. Dulce war tatsächlich ein Mädchen mit einem riesigen Herzen. Vielleicht, weil sie nur ihre Großmutter hatte, fühlte sie das Bedürfnis, sich um andere zu kümmern. Nach der Schule überraschte es niemanden, als sie sich entschied, Krankenpflege zu studieren. Sie wollte Menschen helfen, und das tat sie auch. Nachdem sie ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, bekam sie eine Stelle in einer Klinik in der Stadt. Obwohl die tägliche Fahrt aus dem Dorf herausfordernd war, passte sich Dulce dem neuen Leben an. Ihre Großmutter erleichtert sah, dass es ihrer Enkelin gut ging, und dass eine vielversprechende Zukunft vor ihr lag. Bei der Arbeit fühlte sich Dulce erfüllt. Die Tage schienen immer gleich, aber sie fand immer Freude an kleinen Dingen, wie dem Gespräch mit Patienten. Eines kalten Oktoberabends, nach der Rückkehr von der Arbeit, sah Dulce einen Jungen an der Bushaltestelle. Er schwang seine Füße und blickte mit einem traurigen Ausdruck umher. Dulce spürte, dass etwas nicht stimmte. Der Junge schien geweint zu haben und hatte keine angemessene Kleidung für die Kälte. Sie näherte sich ihm vorsichtig. Hallo Kleiner, geht es dir gut? fragte Dulce. Der Junge blickte sie misstrauisch an. Dulce dachte schnell nach und zog einen Schokoladenriegel aus ihrer Tasche. Ein Geschenk von einem dankbaren Patienten. Weißt du, diese Schokolade ist wirklich lecker. Ich könnte sie jetzt essen, aber wie wäre es, wenn wir sie teilen? schlug sie vor, um das Eis zu brechen. Der Junge blickte auf die Schokolade und griff nach einem Moment zögerlich danach. Während der kleine Junge, Pedro, die Schokolade verschlang, beobachtete Dulce ihn mit einem liebevollen Blick, gemischt mit Besorgnis. Der Junge brauchte offensichtlich viel mehr als eine einfache Süßigkeit. Eine anständige Mahlzeit, ein Bad und vielleicht einen neuen Haarschnitt. Nachdem er die Schokolade fertig hatte, funkelten die Augen des Jungen und er sagte mit einem Hauch von Hoffnung. Gibt es noch mehr? Dulce lächelte traurig. Tut mir leid, aber das war die einzige, die ich hatte. Aber sag mir, wie heißt du? Pedro, antwortete er mit fast bezaubernder Schüchternheit. Und wie alt bist du, Pedro? 6. Ich gehe nächstes Jahr zur Schule, machte er eine Pause und fügte dann hinzu. Aber Onkel Leon sagt, dass dumme Kinder wie ich nicht zur Schule gehen können. Dulce fühlte einen Knoten in ihrem Herzen. Wer ist Onkel Leon? Er ist der Ehemann meiner Mutter. Er nennt mich immer dumm. Pedro senkte den Kopf und seine Augen schienen am Rande der Tränen zu stehen. Und deine Mutter, was sagt sie dazu? Pedro seufzte tief. Meine Mutter ist im Himmel. Zusammen mit meiner Oma, meinem Opa und... Elsa. Dulce neigte den Kopf verwirrt. Elsa war unser Hund. Eines Tages verschwand sie, nachdem Onkel Leon sie irgendwo hingebracht hatte. Er sagte, er habe sie ihrem alten Besitzer zurückgegeben oder so. Ich erinnere mich nicht gut, aber ich glaube, sie ist auch im Himmel. Dulces Herz zog sich noch mehr zusammen. Es war offensichtlich, dass der kleine Pedro schwere Zeiten durchmachte. Und die Vorstellung, was er möglicherweise erlebte, ließ ihr einen Schauer über den Rücken laufen. Dulce sah sich um, versuchte zu überlegen, was sie tun könnte, um dem Jungen zu helfen. Pedro, warum bist du um diese Uhrzeit allein hier? Es ist so kalt. Und du hast nicht einmal eine Mütze? Fragte Dulce besorgt. Pedro blickte nach unten, zögernd. Onkel Leon hat heute getrunken und mit anderen Männern gestritten. Sie warfen einen Hocker in meine Richtung. Aber er hat mich nicht getroffen. Ich hatte Angst, habe mich angezogen und das Haus verlassen. Aber ich konnte meine Mütze nicht finden. Wenn er trinkt, gehe ich weg und komme hierher, warte und gehe dann zurück. Aber ich denke, dieses Mal wird es eine Weile dauern. Pedros Worte waren wie Stiche in Dulces Herz. Sie hatte im Krankenhaus traurige Geschichten gehört, aber diese berührte sie anders. Für einen Moment überlegte sie, den Jungen zur Polizeistation zu bringen. Aber als sie ihm in die Augen sah, entschied sie, ihn mit nach Hause zu nehmen. Pedro, ich bringe dich zu meinem Haus. Dort gibt es Kuchen, Tee, einen Hund und drei Katzen. Was hältst du davon, schlug Dulce vor und versuchte fröhlich zu klingen. Der Junge schien zweifelhaft. Als meine Mutter noch lebte, sagte sie immer, dass ich niemals mit Fremden mitgehen soll. Dulce hockte sich hin, um auf seiner Augenhöhe zu sein. Ich verstehe deine Bedenken, aber ich bin kein Fremder. Ich bin Krankenschwester und es ist meine Aufgabe, Menschen zu helfen. Und jetzt möchte ich dir helfen. Komm bitte mit mir. Pedro zitterte. Und wenn Onkel Leon wütend wird, schlägt er mich. Dulce spürte eine Welle der Entrüstung. Das muss aufhören, komm mit mir. In diesem Moment näherte sich der Bus der Haltestelle. Ohne zweimal nachzudenken, nahm Dulce Pedros Hand und führte ihn hinein. Als der Bus sich in Bewegung setzte, lehnte sich der Junge nah ans Fenster. Dulce beobachtete ihn besorgt. In der Angst, er könnte schreien oder verzweifelt werden. Doch Pedro blickte nur schweigend hinaus, während der Bus sie ins Dorf brachte. Carmen, Dulces Großmutter, war nicht sehr glücklich, als sie von der Situation erfuhr, versuchte aber, es nicht zu zeigen. Sie kümmerte sich um den Jungen, gab ihm Essen und ging dann zu einem Nachbarn, der Kinder hatte, um saubere Kleidung für Pedro zu bitten. Nach einer Weile fand sie passende Kleidung, badete den Jungen, zog ihn an und ließ ihn Zeichentrickfilme schauen. Während sie und Dulce über die Situation sprachen, deutete Dulce an. Schlägst du vor, das ist Kindesentführung, dass wir Kinder von anderen Menschen stehlen, Oma? sagte die Enkelin. Die alte Frau murmelte, du weißt genau, was du tun solltest. Bring ihn zur Polizei. Dulce antwortete, das kann ich nicht. Morgen spreche ich mit Frau Jolanda, unserer medizinischen Direktorin. Ich bin sicher, sie wird uns beraten können. Und so blieb die Angelegenheit vorerst ungelöst. In jener Nacht teilte Dulce ihre Situation mit Dr. Jolanda, der sie voll vertraute. Dr. Jolanda war eine außergewöhnliche Arbeiterin, talentiert und eine geborene Führungskraft. Er hat blaue Flecken, sagte die Ärztin. Wir müssen das melden und ihn zur Polizei bringen. Frau Jolanda, wie kann ich ihn der Polizei übergeben? Sie würden ihn in ein Waisenhaus stecken und ich könnte ihn dort nicht herausbekommen, äußerte Dulce besorgt. Mach dir keine Sorgen, Dulce. Ich habe Verbindungen zur Polizei sowie zum Kinderschutz. Wir werden nicht gegen das Gesetz verstoßen. Wir werden nur herausfinden, was in dieser Situation zu tun ist, damit du nicht schuldig wirst, falls sein Stiefvater beschließt, dich zu verklagen. Du könntest wegen Entführung angeklagt werden. Für Dulce begann ein echtes, bürokratisches Labyrinth, voller Erklärungen, Dokumente und aller Papierarbeit. Glücklicherweise fand sie im Kinderschutzdienst Verständnis. Sie versprachen, ihr zu helfen und sogar soziale Aktivisten boten ihre Unterstützung an, sogar ihre Geschichte in den Zeitungen zu veröffentlichen. Es war eine unglaublich herausfordernde Phase in Dulces Leben. Doch dank der Bemühungen fürsorglicher Menschen gelang es ihr schließlich, Pedros rechtliche Vormundin zu werden. Es war einer der glücklichsten Tage, die sie in dieser turbulenten Zeit erlebte. Die junge Dulce hatte eine tiefe Bindung zu dem Jungen entwickelt und auch er sah sie als eine wichtige Figur in seinem Leben. Sogar Großmutter Carmen betrachtete Pedro als ihren eigenen Enkel und umhüllte ihn mit ihrer Zuneigung und Fürsorge. In der Zwischenzeit verstand der Stiefvater des Jungen, der zunächst im Alkoholismus gefangen war, die Situation nicht. Als er schließlich nüchtern wurde und realisierte, dass Pedro in diesen Tagen nicht zu Hause war, überkam ihn Panik. Er fürchtete, seine Kollegen hätten dem Jungen etwas angetan. Diese Angst hinderte ihn daran, Hilfe bei der Polizei zu suchen. Er war nicht wirklich besorgt um den Jungen, nur darum, was ihm passieren könnte. Also beschloss er, zu verschwinden. Dulce widmete sich intensiv dem Trost und der Aufnahme des hilflosen Jungen. Ihr Herz quoll vor Güte über. Mit der Zeit begann diese Liebe und Fürsorge, einen Unterschied im Leben des Jungen zu machen. Pedro wurde das strahlendste Kind der Welt. Obwohl seine Familie nicht reich war und bescheiden lebte, fand der Junge Zufriedenheit in einfachen Dingen. Regelmäßig besuchten Mitglieder seiner Familie ihn. Und zusammen gingen sie zum Grab von Pedros Mutter und Großeltern. Dulce bemühte sich, ein Foto von Pedros Mutter zu bekommen, da sein Stiefvater alles während eines betrunkenen Vorfalls zerstört hatte. Sie musste unter bekannten und entfernten Verwandten suchen, die noch etwas mit der Mutter des Jungen zu tun hatten. Als sie Pedro schließlich ein Fotoalbum gab, überquoll er vor Freude. Außerdem war der Junge ein wahrer Tierliebhaber und kümmerte sich liebevoll um Dulces Katzen und genoss es, besonders an warmen Sommertagen mit den Hunden zu spielen. Diese Interaktionen mit Tieren gaben Pedros Augen einen besonderen Glanz. Dulce begleitete Pedro zur Schule. Er ging immer gut gekleidet und mit einer modernen Frisur. Sie sorgte dafür, dass alles makellos war. Dulces Liebe zum Detail war bemerkenswert, was sich sogar in der Art und Weise widerspiegelte, wie der Junge sich präsentierte. Pedro schnitt sehr gut in seinen Studien ab, besonders wenn man bedenkt, dass es in dem kleinen Dorf wenige Kinder gab. Dies ermöglichte es der Lehrerin, sich individuell auf jedes Kind zu konzentrieren und jedem besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Jeder Tag war erfüllt von einem echten Zugehörigkeitsgefühl. Sie schätzte diese neue Verantwortung. Manchmal lachte sie über die Prophezeiung ihrer Großmutter, die sich irgendwie erfüllt hatte. Die Großmutter hatte vorhergesagt, dass Dulce ein Kind mit nach Hause bringen würde. Und tatsächlich tat sie es. Allerdings hatte die junge Frau zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass sich bald eine weitere Prophezeiung erfüllen würde. Eines gewöhnlichen Tages im Krankenhaus, in dem Dulce arbeitete, wurde ein junger Mann namens Hugo mit einer Schnittwunde im Gesicht eingeliefert. Er war auffallend gut aussehend, aber seine Haut war gerötet und misshandelt und seine heisere Stimme deutete auf tiefes Leiden hin. Die Verletzungen, die Hugo ins Krankenhaus brachten, waren das Ergebnis einer Schnittwunde im Gesicht während einer Schlägerei. Anfangs weckte der neue Patient keine besonderen Gefühle in Dulce. Sie behandelte ihn, führte die Verbände durch, wie sie es bei allen Patienten tat und pflegte höfliche Gespräche, wie sie es mit jedem anderen in der Einheit tat. Hugo erhielt Stiche im Gesicht und erholte sich in den folgenden Tagen. Er beschloss, Dulce in ihrer Mittagspause zu besuchen, als eine Art Dankeschön. Er schien keine Hintergedanken zu haben. Doch eines Tages nahm Hugo Dulces Hand und drückte einfach aus. Ich kann nicht aufhören, dich anzuschauen, Dulce. Egal, wie sehr ich es versuche, ich kann nicht anders als nervös zu werden, wenn ich dich anschaue. Es ist, als könnte ich nicht aufhören, dich zu bewundern. Diese Worte ließen die Krankenschwester verwirrt zurück. Patienten hatten ihr bereits Sympathie entgegengebracht, aber nie auf diese Weise. Dulce versuchte, ihre Hand zu befreien, aber Hugo hielt sie fest und machte deutlich, dass er nicht so leicht aufgeben würde. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, angesichts der Zuversicht und Stärke, die er übermittelte. Nach und nach erkannte Dulce, dass Hugo immer allein erschien und scheinbar immer dieselben Kleider trug. Er kam immer zu Zeiten, zu denen die meisten Menschen arbeiten würden, und er hatte keine Fotos in den sozialen Medien. Er rechtfertigte dies damit, dass er nicht mit seinen Eltern kommunizierte und keine loyalen Freunde hatte. Sein Leben schien kompliziert zu sein, als ein einsamer Mensch mit einzigartigen Ansichten und Meinungen über das Leben, anders als die meisten Menschen. Dulce fand Hugos Art sehr attraktiv, wie ein einsamer Wolf, der sich vom Rest des Rudels abhebt. Hugo drückte seine Gefühle aus, in dem er Dulce etwas Luxuriöses gab, ein Armband, und lud sie dann auf einen Kaffee ein, was eine leidenschaftliche Beziehung zwischen ihnen entfachte. Zuvor hatte Dulce Beziehungen zu Jungs gehabt, aber es war nie etwas Ernstes daraus geworden. Sie wünschte sich oft eine Familie und Kinder. Allerdings waren viele ihrer Partner nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Hugo erwies sich vom ersten Treffen an als anders, indem er seinen Wunsch ausdrückte, eine treue und liebevolle Ehefrau zu haben, die seinem Leben einen Sinn geben würde. Während ihrer Gespräche betonte Hugo, wie er die Rolle eines Mannes als Versorger sah, als den Pfeiler der Familie, der unterstützt und nährt. Er glaubte, dass ein Mann ohne diesen Zweck im Trinken und in der Dekadenz verloren gehen könnte. Dulce war überrascht von Hugos Ansicht. Ich dachte, du wärst ein abenteuerlustiger Junggeselle, ein einsamer Wolf, sagte Dulce. Ja, das stimmt, aber es ist eine erzwungene Situation. Das Problem liegt nicht bei mir, sondern in der Umgebung. Es gibt wenige Frauen, die die Qualitäten besitzen, die ich schätze. Ich habe lange nach dieser einen Person gesucht und sie bisher nicht gefunden. Aber wenn ich sie finde, werde ich sie nie gehen lassen, antwortete Hugo. So begann die Beziehung zwischen Dulce und Hugo sich zu entwickeln, inmitten von Lebensvisionen und Werten, die, obwohl unterschiedlich, eine seltsame Balance zwischen ihnen zu finden schienen. Dulce war jedes Mal verzaubert, wenn Hugo seine Verehrung für sie ausdrückte und schmolz wie Eis bei seinen liebevollen Worten. Sie fühlte, wie ihr Herz stärker schlug und ihre Beine zitterten mit einer subtilen Einladung. Dulce lud Hugo ein, bei ihr zu Hause zu bleiben und behauptete, es wäre gefährlich, nachts ins Dorf zurückzukehren, obwohl sie es schon mehrmals getan hatte. Die Ausrede war ziemlich seltsam. Dulce wollte einfach mehr Zeit mit Hugo verbringen. Überraschenderweise akzeptierte er ohne viel Nachfrage und verbrachte so die Nacht dort. Am nächsten Tag zeigte er jedoch keine Absicht zu gehen. Es fühlt sich so gut hier an. Ich fühle mich wie zu Hause. Großmutter Carmen ist sehr gastfreundlich, sagte Hugo bequem und streichelte die gebeugte Schulter der alten Dame. Zu Besuch zu kommen ist in Ordnung, aber zu Hause zu sein ist noch besser, oder? antwortete die Großmutter und warf einen Hinweis. Hugo schien die Anspielungen zu ignorieren, besuchte Dulce jede Woche und blieb mehrere Tage. Er fühlte sich in diesem Haus so wohl, dass er beschloss, dauerhaft zu bleiben. Allerdings war Großmutter Carmen sehr verärgert, als Hugo mit seinen Sachen auftauchte. Sie war kategorisch. Nur wenn du Dulce heiratest, dann kannst du hier einziehen, aber bis dahin geh weg. Die alte Dame war ziemlich empört über das Verhalten des Gastes, der sich auch von Anfang an nicht gut mit Pedro verstand. Hugo hatte kleinere Meinungsverschiedenheiten mit dem armen Pedro, Trotz, dass Dulce ihm die schwierige Geschichte des Jungen erzählt hatte. Dulce mochte Hugos Haltung gegenüber ihrem Schützling nicht, schrieb sie aber seiner mangelnden Geschicklichkeit im Umgang mit Kindern zu. Keine Sorge, beide werden sich aneinander gewöhnen und alles wird gut, dachte Dulce und glaubte, dass Hugo sie liebte und alles tun würde, um sie glücklich zu machen. Als Hugo Dulce schließlich um ihre Hand anhielt, nahm sie ohne Zögern an und bald wurden sie Mann und Frau. Allerdings war Pedro sehr unzufrieden damit, Dulces Aufmerksamkeit mit jemandem wie Hugo teilen zu müssen und auch die Großmutter kam nicht gut mit dem neuen Familienmitglied aus. Diesem Hugo ist nicht zu trauen, sagte die alte Dame. Trotz der Zweifel an Hugo liebte Dulce ihn und glaubte, dass er schließlich seine wahre Natur zeigen würde. Mit der Zeit erkrankte Carmen und verstarb leider. Der plötzliche Tod von Großmutter Carmen war ein großer Schock für Dulce, da sie zwar häufig erkrankte, aber niemand ihren Tod so bald erwartet hatte. Nach Carmens Tod begann Hugo, sich wie der Besitzer des Hauses zu fühlen. Sein Verhalten begann alle Grenzen zu überschreiten. Zwei Wochen nach der Beerdigung von Großmutter Carmen bemerkte Dulce einen blauen Fleck auf Pedros Wange. Er sagte, er habe sich in der Schule während der Pause wegen eines Missverständnisses mit einem Klassenkameraden geprügelt, was Dulce beunruhigte. Sie versprach, strenge Maßnahmen gegen den Angreifer zu ergreifen. Jedoch, als sie nachforschte, um herauszufinden, wer verantwortlich war, gestand Pedro, dass er von Isabela angegriffen wurde, die eine enge Freundin von Dulce war. Überrascht und schockiert hörte Dulce die Geschichte des Jungen. Laut Pedro geschah der Übergriff, nachdem Tante Isabela sie besucht hatte. Pedro hatte Wasser in Isabelas Schuhe gegossen. Obwohl er behauptete, er habe sie waschen wollen, handelte er tatsächlich böswillig und ließ Isabela mit nassen Schuhen zurück. Das machte sie sehr wütend und Isabela reagierte mit einer kräftigen Ohrfeige. Dulce konnte kaum glauben, was sie hörte. Sie und Isabela waren in der Schule Freundinnen gewesen, obwohl sie unterschiedliche Wege eingeschlagen hatten. Während Dulce sich auf ihr Studium konzentrierte, verwickelte sich Isabela in andere Dinge. Dulce konnte jedoch das aggressive Verhalten ihrer ehemaligen Freundin gegenüber Pedro nicht akzeptieren. Das Seltsamste war, dass Isabela das Haus besuchte, als Dulce nicht da war, was einen inneren Konflikt in Dulce auslöste. Schließlich war Hugo ihr Ehemann, jemand, der ihr liebevolle Worte widmete und behauptete, ein treuer Mann zu sein, der erklärte, dass Dulce die einzige Frau war, die ihn interessierte. Die Diskrepanz zwischen dem Bild, das Hugo präsentierte, und seinen Handlungen verursachte tiefe Verwirrung in Dulces Geist. Sie beauftragte einen Privatdetektiv, der bestätigte, dass Isabela und Hugo eine Affäre hatten. Sie trafen sich häufig, wenn Dulce nicht da war. Unter dem Gewicht des Leidens und des Verrats durch Hugo sah sich Dulce unbeschreiblichen Schmerzen und einem Gefühl der Leere gegenüber, das ihr Wesen verzehrte. Die offensichtliche Veränderung im Verhalten ihres Mannes ließ sie am Boden zerstört zurück, besonders als er anfing, regelmäßig betrunken nach Hause zu kommen und grausame Worte in Richtung Petro und sie zu schleudern. Er begann, sie grausam zu kritisieren, Mängel in Dulces Aussehen und Haushaltsführung aufzuzeigen, während er heimlich seine Beziehung zu Isabela aufrecht erhielt. Etwas, das Dulce kürzlich entdeckt hatte und das schnell durch die Nachbarschaft verbreitet wurde. Jedoch eines Tages am Ende ihres Arbeitstages im Krankenhaus, als sie sich darauf vorbereitete, nach Hause zu gehen, konnte Dulce die gequälte Frage nicht zurückhalten. Wie konnte er mir das antun? Den ganzen Tag hatte sie ihren Schmerz vor Patienten und Kollegen verborgen, aber als sie die Krankenhaustüren überquerte, begann sie unkontrollierbar zu weinen wie ein hilfloses Kind, für das nur Schmerz existiert. Gefangen in ihrem Kummer bemerkte Dulce kaum, als ein Auto um die Kurve kam. Es geschah im Bruchteil einer Sekunde. Das Quietschen der Bremsen, ein gewaltsamer Aufprall, Schreie, gefolgt von einem seltsamen Gefühl der Leichtigkeit. Dulce spürte einen scharfen und bedrückenden Schmerz in ihrer Brust. Sie versuchte zu atmen, aber etwas drückte stark darauf und verhinderte, dass ihre Lungen funktionierten. Das ist das Ende, dachte Dulce und schloss die Augen. Als sie das Bewusstsein wiedererlangte, befand sie sich im Krankenhauszimmer, nun als Patientin, nicht mehr als Krankenschwester. Lucia, eine freundliche Krankenschwester, die kürzlich ihre Studien abgeschlossen hatte, hielt ihre Hand und drückte Mitgefühl auf ihrem blassen Gesicht aus. Können sie mich hören? sagte Lucia emotional. Ja, Lucia, ich höre dich, ich sehe dich, murmelte Dulce, überrascht von ihrer eigenen Stimme. Mach dir keine Sorgen, Dulce, du bist im Genesungsprozess, bald wird alles wieder normal sein. Ich bin so glücklich, dass du am Leben bist. Es ist unglaublich, dass du hier bist. Der Fahrer ist natürlich geflohen, aber zum Glück haben einige Leute dich vorbeigehen sehen und einen Krankenwagen gerufen. Dulce fühlte sich verwirrt. Erzähl mir mehr, Lucia. Was ist mit mir passiert? Was ist die Diagnose? Der Arzt wird alles erklären, antwortete Lucia ruhig. Dulce versuchte, die Situation zu verarbeiten, noch benommen von der Realität, nun die Patientin zu sein, nachdem sie zuvor auf der anderen Seite gewesen war und sich um andere gekümmert hatte. Während sie auf die Erklärung des Arztes wartete, drangen ein Wirbelwind von Gedanken und Empfindungen in ihren Geist ein, die versuchten zu assimilieren, was passiert war. Lucia näherte sich Dulce und bot Worte des Trostes an. Du kennst die Regeln, aber da ich eine Krankenschwester bin und jeder gut von dir spricht, denke ich, dass du die Wahrheit verdienst zu wissen. Erwarte keine guten Nachrichten. Der Schlag war stark. Die Aussichten sind nicht gut, aber du weißt, wie diese komplizierten Fälle sind. Es gibt jedoch immer Hoffnung. Dulce schloss die Augen und erkannte, dass etwas passiert war, das ihr Leben in ein Davor und Danach teilte. Nach zwei Monaten beschlossen sie, die junge Frau zu entlassen. Das gesamte Krankenhauspersonal verabschiedete sich herzlich von Dulce, wünschte ihr eine vollständige Genesung, umarmte sie fest und gab ihr Blumen und kleine Andenken. Der Arzt erklärte Hugo von Dulces Wirbelsäulenfraktur, erläuterte, wie er sich um sie kümmern könnte, schlug Massagen vor, empfahl Rehabilitationszentren, Medikamente und moderne Rollstühle, um Dulces Leben komfortabler zu gestalten. Hugo schien jedoch distanziert, seine Gedanken waren völlig von der Situation seiner Frau entfernt. Er hatte Dulce abgeschrieben und war nur darüber besorgt, wie unfair das Leben ihm gegenüber war. Für ihn hätte der Tod von Dulce die Fortsetzung seines Lebens ohne größere Sorgen in ihrem Haus bedeutet. Im Krankenhaus besuchte Hugo Dulce nur einmal und argumentierte, dass er keine Zeit habe, sich um Pedro zu kümmern und gleichzeitig das Haus zu pflegen. Dulce fühlte sich enttäuscht, als sie erkannte, dass Hugo praktisch den ganzen Tag nichts tat, außer Ausreden zu machen. Als sie nach Hause zurückkehrte, fand sie eine trostlose Realität vor. Pedro hatte nicht gebadet, war schmutzig und hungrig und war seit über einem Monat nicht in der Schule. Die Katzen, die früher bei ihnen lebten, waren auf der Suche nach einem besseren Leben geflohen, kamen aber gelegentlich zurück. Die Katzen waren frei, während der Hund im Hinterhof angekettet und schlecht gefüttert blieb. Pedro tat, was er konnte, um sich um den unglücklichen Hund zu kümmern und teilte oft sein eigenes Essen mit ihm. Dulce sah alles, aber im Bett liegend ohne externe Hilfe, war sie nicht einmal in der Lage, sich in den vom Krankenhausdirektor bereitgestellten Rollstuhl zu setzen. Hugo wurde nachlässig und ignorierte nicht nur die Bedürfnisse von Pedro und den Tieren, sondern auch die von Dulce. Er trug nicht zur Grundversorgung bei und zwang Pedro diese Rolle zu übernehmen, indem er Essen aus dem Kühlschrank holte, ihr Vorlass und ihre einzige Stütze war. Die Situation erreichte einen kritischen Punkt, als Hugo Pedro angriff und ihn beschuldigte, Würstchen aus dem Kühlschrank gestohlen zu haben. Wütend suchte Pedro Hilfe bei der Nachbarin Elena, einer mutigen Frau, die früher gebrauchte Kleidung von Dona Carmen, Dulces Verstorbener Großmutter erhalten hatte. Elena mit einer starken Persönlichkeit konfrontierte Hugo und drohte, die Polizei zu rufen, wenn er den Jungen wieder verletzen würde. Dann ging Elena zu Dulces Zimmer und war entsetzt, den Zustand der jungen Frau zu sehen. Mit Mitgefühl sagte sie, Dulce, was hat er dir angetan? Sofort übernahm Elena die Kontrolle über die Situation, badete Dulce, fütterte sie und half Pedro, indem sie ihn zur Schule schickte. Sie begann Dulces Haus zweimal täglich zu besuchen, um sich um die grundlegenden Bedürfnisse der Familie zu kümmern, bevor sie morgens zur Arbeit ging und dann am Nachmittag. Elena half unermüdlich Dulce in ihren Stuhl zu kommen und bot die tägliche Pflege, die ihr fehlte. Elenas mutige Haltung gegenüber Hugos Verwicklung mit Isabela machte sie wütend. Sie hielt sich nicht zurück, ihren Ekel über die Situation zum Ausdruck zu bringen. Bestürzt über das Geschehene weinte Dulce laut und bedeckte ihre Augen mit ihren Händen. Armes Ding, bemerkte Elena, aber mach dir keine Sorgen, ich bin hier. Alles wird gelöst werden. Doch Hugo frustriert über Elenas Einmischung und wissend, dass es nicht leicht sein würde, sie loszuwerden, griff zu extremen Maßnahmen. Eines Tages, während Elena bei der Arbeit war, erschien Hugo mit einem Mann im Anzug im Haus von Dulce. Aufgeregt sagte er, meine Blume, das ist ein Anwalt. Er ist gekommen, um uns bei Eigentumsangelegenheiten zu helfen. Dulce war überrascht. Eigentumsangelegenheiten zwischen uns? fragte sie verwirrt. Genau, und deshalb bist du hier. Lass uns einander Freiheit geben. Lass mich gehen und glücklich leben, sagte Hugo und verursachte ein Gefühl der Verwirrung bei Dulce. Eine angespannte Atmosphäre entstand im Haus. Hugo schien nicht nachgeben zu wollen und bestand durch den Anwalt auf seiner Forderung. Ich verlasse dieses Haus nicht, bis ich mein eigenes Eigentum als Entschädigung habe. Ich will dieses Haus, brachte der Anwalt alle notwendigen Dokumente mit. Ich brauche deinen Ausweis und die Hausdokumente, die deine Großmutter vor langer Zeit auf deinen Namen übertragen hat. Du musst nur einige Papiere unterschreiben und alles wird in fünf Minuten erledigt sein. Wir werden es gut haben, du und ich, lächelte Hugo, sichtlich erfreut über seinen Plan. Dulce war schockiert und beinahe erstickt. Gleich darauf schrie sie, bist du verrückt geworden oder was? Du würdest mir das Haus geben und dann, was hätten wir dann? Pedro und ich würden vom Staat als behindert behandelt und er, da er ein Kind ist, würde in ein Waisenhaus geschickt. Ich habe bereits alles arrangiert. Eigentlich hätte ich das schon früher tun sollen. Du wirst in einem Haus für Behinderte leben, erklärte er. Nein, das wird nicht passieren, schrie Dulce. Verschwinde aus meiner Sicht, damit ich dich oder deinen Anwalt nie wieder sehe. Geh jetzt weg. Dann näherte sich Hugo und flüsterte Drohungen in Dulces Ohr. Denk nach, Dulce, denk nach. Lass mich gehen oder es wird etwas Unwiederbringliches passieren. Es gibt viele Gefahren in diesem Haus für ein Kind. Kochendes Wasser kann auf dem Herd verschüttet werden. Ein blanker Draht kann einen elektrischen Schlag verursachen. Er kann sich im Wald oder im Sumpf verirren. insinuierte er und versuchte Dulce Angst zu machen und emotional unter Druck zu setzen. Dulce schrie erschrocken und voller Hass, als sie Hugo gegenüber stand. Sie hatte bereits Enttäuschungen mit diesem Mann erlebt, konnte sich aber das Ausmaß seiner moralischen Monstrosität nicht vorstellen. Er unterschrieb alle Dokumente ohne Ausnahme, aber sie war gelähmt, als An diesem Morgen hatte er bereits alles organisiert und Dulce verzweifelt schrie und versuchte Pedro zu helfen, weinte, aber Hugo stieß sie weg und schickte sie fort. Der Schmerz Pedro zu verlieren ließ Dulce in einen Zustand tiefer Depression fallen. Sie wollte nicht essen, trinken oder irgendetwas tun. Ihr einziger Wunsch war es, diese Welt zu verlassen. Die Situation wurde für Dulce unerträglich, die sich in einem Strudel aus Verzweiflung und Leid befand, ohne die Kraft, den Verlust von Pedro und den Verrat von Hugo zu überwinden. Sie sah all ihre Bemühungen, Hoffnungen und Träume zerschlagen und führte sie in einen Zustand völliger Verzweiflung. Dulce befand sich in einem Zustand tiefer Depression, als Hugo einen Gast ins Haus brachte. Der junge Mann, etwas älter als Dulce, hatte ein freundliches Gesicht und sichere Bewegungen, aber es gab etwas in seinem Gesicht, das auf eine schwierige Zeit in seinem Leben hindeutete. Dulce, in ihrer eigenen Traurigkeit versunken, empfand Empathie für den Gast. Diese Sympathie verschwand jedoch sofort, als sie entdeckte, warum er gekommen war. Hugo hatte das Haus verkauft. Nicht nur hatte er es verkauft, sondern er hatte es auch mit Dulce darin verkauft. Der Käufer namens Roberto hatte begrenzte Ressourcen und Hugo bot ihm einen Preis weit unter dem Marktwert an. Roberto, kürzlich geschieden und bestrebt, aus der Stadt wegzuziehen, zögerte zunächst, ein Haus mit jemandem darin zu kaufen. Hugo bot ihm jedoch einen verlockenden Preis und überzeugte ihn, dass Dulces Leben zu Ende ging und dass bald niemand sie mehr stören würde. Hugo hatte sich in Wirklichkeit nicht einmal die Mühe gemacht, für Dulce eine Unterbringung in einem Behindertenheim zu arrangieren. Es war nur ein Bluff. Mein Freund, du willst sie in ein Pflegeheim bringen. Aber das ist nicht menschlich. Es ist nicht richtig, dass sie hier bis zum Ende ihres Lebens lebt. Außerdem, wann bekommt man schon ein Haus wie dieses zu einem so niedrigen Wert? Denk darüber nach, sagte Hugo und überzeugte Roberto, der schließlich das Angebot annahm. Dulce war schockiert von dieser Offenbarung. Das Gefühl, ihr Leben von anderen kontrolliert und entschieden zu haben, ohne ihre Zustimmung, verstärkte ihren Schmerz und ihre Verzweiflung und führte sie in einen Zustand völliger Hilflosigkeit über ihr Schicksal. Ihr Leid war immens. Dulce fühlte sich zusammen mit dem Haus verkauft, gleichgesetzt mit einem Objekt ohne Kontrolle über ihr Schicksal. Scheidungspapiere kamen per Post, die Hugos Abreise und Isabelas Verlassenheit ankündigten. Aber das war Dulce nicht mehr wichtig. Alles, was sie interessierte, war Pedro. Im Heim, wo Pedro war, konnte Elena, die Nachbarin, ihn nicht besuchen, weil sie dem Personal unbekannt war. Dies verstärkte Dulces Leiden, die beschloss, nicht zu essen, nicht zu trinken und einfach zu sterben. Es war eine bessere Option, als weiterzuleben und dahin zu siechen. Roberto, der Käufer des Hauses, versuchte zu helfen, indem er Essen zubereitete und Existenz bot, aber Dulce lehnte jede Interaktion ab. Er versuchte zu sprechen, Essen anzubieten und schlug vor, sie zum Luftholen auf die Terrasse zu bringen, aber Dulce war entschlossen. In einem verzweifelten Moment bat Dulce Roberto um etwas Unmögliches. Sie in die Vergangenheit zurückzubringen, um die tragische Situation, in der sie sich befand, zu vermeiden. Die schockierende Anfrage spiegelte ihren Zustand der Verzweiflung und des Leidens wieder. Roberto, schockiert von der unmöglichen Anfrage, fiel zu Boden, schluchzend und gequält. Dann näherte er sich Dulce und drückte Bedauern und Mitgefühl aus und schlug vor, sie in die Hauptstadt zu bringen, um die besten Ärzte zu finden und ihr zu helfen. Aber etwas stimmte nicht mit ihm. Seine Emotion schien an der Oberfläche zu liegen und spiegelte extreme Schmerzen und Leiden wieder. Dulce war verwirrt und verängstigt, nicht vollständig verstehend, was Roberto durchmachte. Er jedoch fasste sich wieder, drückte den aufrichtigen Wunsch aus, Dulce zu helfen, bot finanzielle Unterstützung und Ressourcen an, um medizinische Lösungen zu finden. Er bestand darauf, dass etwas getan werden könnte, um ihr zu helfen, zu leben. Dulce konnte kaum glauben, dass Roberto eine so überraschende Geste zeigte. Er kümmerte sich wie ein Engel um sie, zeigte Aufmerksamkeit und Zuneigung, die Dulce sich nie vorgestellt hatte. Er hob sie sanft an und setzte sie in den Stuhl, bereitete Essen mit all seiner Liebe zu und nahm sie sogar mit nach draußen, um frische Luft zu schnappen und wurde so zu einem wahren Hüter für sie. Er arrangierte sogar, dass lokale Schönheitsprofis sich um Dulces Aussehen kümmerten, wissend, dass ein neuer Haarschnitt und gut gemachte Nägel helfen könnten, ihre Stimmung inmitten der Depression zu heben. Dulce bat dann Roberto, ihr zu helfen, Pedro zurückzugewinnen. Sie entdeckte jedoch, dass es für den Moment besser wäre, ihn nur zu besuchen, da sie bald in die Hauptstadt ziehen würde, um ihre Rehabilitation zu beginnen. Elena, ihre Nachbarin, könnte sich in dieser Zeit nicht um Pedro kümmern, also akzeptierte Dulce diese vorübergehende Situation. Beim Besuch Pedros im Pflegeheim war das Glück, das auf dem Gesicht des Jungen reflektierte, als er Dulce sah, ansteckend. Sie versprach, ihn mitzunehmen, sobald sie stärker und fähig wäre. Pedro antwortete mit Unschuld und Freude, dass es der glücklichste Tag seines Lebens wäre. Diese tröstenden Momente zwischen Dulce und Pedro brachten ein kleines Licht der Hoffnung inmitten der Dunkelheit, die Dulce umgab. Roberto hielt sein Wort und brachte Dulce in die fortschrittlichste medizinische Klinik der Region. Die Ärzte waren erfreut, festzustellen, dass trotz der anfänglichen Monate der Vernachlässigung und des Stresses gute Aussichten auf Genesung bestanden. Dulce schwor, alles zu tun, um ihre Mobilität wiederzuerlangen, unabhängig von dem Schmerz, dem sie sich stellen müsste. So begann die mühsame Zeit der Rehabilitation. Im Laufe der Monate begann etwas Tieferes zwischen Dulce und Roberto zu entstehen. Dulce erkannte, dass ihre Gefühle für ihn über einfache Freundschaft hinausgingen. Sie verstand, dass er der ideale Mann für sie war, der Mann ihres Lebens, etwas, das sie glaubte, in Hugo gefunden zu haben. Sie verpflichtete sich jedoch, keine Last für Roberto zu werden und beschloss, ihre Gefühle unter einer Bedingung zu offenbaren. Sie würde dies nur tun, wenn sie wieder gehen konnte. Und dann kam der langersehnte Tag. Dulce, unterstützt von ihren Krücken, machte ihre ersten Schritte allein. Die Ärzte applaudierten ihr und demonstrierten ihre Unabhängigkeit. Dieser Erfolg stellte nicht nur einen wichtigen Meilenstein für Dulce dar, sondern auch einen Sieg für das medizinische Team, das sie während ihres mühsamen Genesungsprozesses begleitet hatte. Roberto beobachtete Dulces Erfolg mit Tränen in den Augen. Ein paar Tage später, während sie durch den Krankenhauspark gingen und er ihr half, Stürze zu vermeiden, beschloss Dulce, ihr Versprechen zu erfüllen und ihm ihre Gefühle zu gestehen. Sie hatte so viel erreicht, so viele Hindernisse überwunden, dass sie keine Angst mehr hatte, ihre Liebe zu Roberto auszudrücken, der sie immer unterstützt und ihr beigestanden hatte. Er hörte aufmerksam zu, hielt ihre Hand, aber der Ausdruck auf seinem Gesicht war Dulce nicht klar. Als sie zu sprechen fertig war, antwortete Roberto, Dulce, danke für deinen Mut und deine Aufrichtigkeit. Ich muss dir sagen, dass ich dich auch liebe. Ich liebe dich schon seit langer Zeit, aber ich habe ein Geheimnis, das du wissen musst. Ich fühle mich dir gegenüber furchtbar schuldig. Dulce, es war mein Auto, das dich an dieser Kreuzung getroffen hat. Meine Frau fuhr, aber ich half, das Verbrechen zu vertuschen. Ich stieg aus dem Auto, sah, dass du dich nicht bewegt ist und dachte, du wärst bereits tot. Wir gingen nach Hause. Ich beruhigte meine hysterische Frau. Die Schuld frisst mich von innen auf. Ich begann zu denken, was wäre, wenn du noch am Leben wärst. Aber in diesem Moment war die Ruhe meiner Frau das wichtigste für mich. Später entdeckte ich, dass sie mich mit ihrem Chef betrug. Eine Woche später schützte ich Aber man kann sich keine Seelenruhe kaufen. Mein Herz ist unruhig. Wenn du mir verzeihen kannst. Dulce war schockiert von dieser Offenbarung. Sie konnte nicht glauben, was sie hörte. Die Worte von Roberto ließen sie schockiert zurück, als sie versuchte zu verarbeiten, dass der Unfall, der sie in diese Situation gebracht hatte, durch Roberto und seine Frau verursacht worden war. Sie blickte ihm mit einer Mischung aus Emotionen in die Augen und die Entscheidung zu vergeben oder nicht lag in ihrer Hand. Dulce war von Robertos Enthüllung betäubt und bat um einen Moment allein, um alles, was sie gerade gehört hatte, zu reflektieren. Sie war hin- und hergerissen zwischen Überraschung, Schmerz und der Liebe, die sie immer noch für ihn empfand. Roberto, der ihren Wunsch respektierte, zog sich Von diesem Moment an war Dulce fast vollständig erholt. Es fehlte nur noch ein kleiner Schritt. Das Regime befolgen und regelmäßig trainieren. Sie brachten Pedro aus dem Waisenhaus zurück und er war glücklich wieder zu Hause zu sein. Er freundete sich schnell mit Roberto an. Obwohl Dulce nicht mit Roberto sprach, kümmerte er sich so gut er konnte um sie und stellte sicher, dass ihr an nichts fehlte, was sie für ihre Genesung benötigte. Sie versuchte zu entscheiden, ob sie Roberto vergeben und vorwärts kommen konnte. Roberto respektierte ihren Wunsch nach Raum und war entschlossen zu warten. Eines Tages überraschte Dulce Roberto, indem sie frischen Kaffee und Pfannkuchen zum Frühstück zubereitete. Sie lud ihn ein, sich hinzusetzen und zu essen. Roberto sah Dulce überrascht an und setzte sich mit ihr an den Tisch, was darauf hindeutete, dass sie ihm vielleicht nahe daran war, ihm zu vergeben. Pedro war glücklich über die Mahlzeit und träumte von den Leckereien, die Dulce versprochen hatte. Obwohl die Spannung noch vorhanden war, schien ein neuer Anfang in sich zu sein. Pedro, kannst du uns bitte allein lassen? Wir müssen ein Gespräch unter Erwachsenen führen, sagte Dulce. Dulce sah Roberto an, dessen Herz raste. Dulce vergab Roberto und die beiden beschlossen, eine vereinte Familie zu bilden, eine neue Reise. Die zwischen ihnen ausgetauschten Lächeln zeigten die Ernsthaftigkeit der neu geschaffenen Bindung. Nach und nach verwandelte sich diese Union in eine echte Familie. Dulce, die die Veränderung beobachtete, begann etwas Besonderes in sich zu erkennen. Die Überraschung eines neuen Lebens. Die schreckliche Situation, die sie zusammengebracht hatte, wurde zu einem Ausgangspunkt für etwas Wunderbares. Roberto, in einer Geste der Liebe, machte Dulce einen Heiratsantrag und das aufregendste Geschenk war, als sie ihre Schwangerschaft ankündigte. Das Glück überflutete Dulce, die in das neue Kapitel ihres Lebens eintauchte, so vertieft, dass sie die Gerüchte über Hugos Rückkehr in die Stadt nicht bemerkte. Hugo, von seiner Partnerin in der Stadt verlassen und mittellos, kehrte in die Stadt zurück, ohne einen Ort zu haben, an den er gehen konnte. Er wanderte nachts durch die Straßen und sah auf seinem Weg sein altes Haus. Eine Welle von Emotionen überwältigte ihn. Das sanfte Licht, das aus dem Fenster strahlte, beleuchtete das Vertraute, aber doch andere Zimmer. Zu seiner Überraschung sah er seine Ex-Frau, lebendig und strahlend, von innen erleuchtet und mit einem prominenten Bauch. Dulce und Roberto strahlend zeigten Zuneigung für Pedro, während er mit Legoblöcken spielte. Die Freude war im Haus spürbar. Doch plötzlich kreuzte Dulces Blick das Fenster. Hugo, der sich hinter einem Baum versteckte, erkannte, dass sie nicht mehr seine Frau war, noch war das sein Haus. Mit nichts mehr zu tun, drehte er sich um und ging allein fort. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und hinterlassen Sie ein Like. Diese anderen Geschichten werden Sie wahrscheinlich auch bewegen. Auf Wiedersehen.